Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Diverser auf dem Damakash-Server mit Sreiter. Jo, jetzt hat er schon alles gesagt. Ich begrüße dich ganz recht herzlich. Ich habe nichts zu sagen mehr. Doch, du hast Hallo zu sagen. Ja, Hallo zu sagen, aber ich dachte, ich könnte jetzt was von Damakash-Server sagen zum Beispiel. Du könntest jetzt sagen, wie immer, eine Kathedrale bauen. Genau, wir sind am Kathedrale bauen. Wir brauchen, glaube ich, fürchterlich viele Steine, weil wir jetzt da oben ein bisschen verschöten wollen, damit der Turm nicht so globig aussieht. Und ich habe fürchterlich viele Steine von Damakash geholt, weil sonst weiß der es nicht so anders. Okay, passt ja. Super. Alles klar. Ja, wenn man jetzt da so hochguckt, dann sieht das auch so ein bisschen anders aus mit dem Turm. Das gefällt mir schon ein bisschen besser. Ja, wir müssen noch gucken, dass wir es noch weiter hinkriegen, oder? Genau. Ich wollte jetzt erstmal da oben die Stufen anbauen auf dem, auf dem neben Dach. Sollten wir weiter unten in dem Turm vielleicht seitlich auch Fenster reinmachen. Wenn wir natürlich auch Steine sparen, ne? Ja, zum Beispiel. Muss man mal gucken, wie sich das ergibt dann. Ja. Soll ich mal einen anlegen oder einen Fenster hier machen oder nicht? Ja, mach mal. Da weg. Das wäre die gleiche Höhe wie das Fenster da drüben. Gut. Das ist nur die Frage. Ich sehe leider durch den Sims da oben nicht, wie weit ich links oder rechts hin muss. Ich glaube, ein weiter nach links und zwei nach rechts, dann ist das genauso wie da oben. Professionell im Dach arbeiten. Okay. Oh, hier fehlt ein ganzer Block. Ich würde auch böse enden können. Okay. Gucke ich mir mal an, wie das aussieht von da. Jetzt bin ich runtergefallen. Hm. Hm, hm. Passt wohl, aber sieht irgendwie ein bisschen eigenartig aus. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass oben die Spitze noch nicht im Fenster ist. Gucken wir mal an. Aber ich glaube, das sieht doof aus mit dem großen Fenster da in dem Tor. Irgendwie täuscht das aber. Es ist genauso groß wie das obere wahrscheinlich. Sieht aber doof aus. Nee. Ich glaube, das können wir dazu machen. Das ist mit dem Turmfenster doof unten. Kennt man halt so nicht wahrscheinlich. So. Jetzt bräuchte ich wieder neue Steine. Neue Treppen, meine ich. Wobei neue Steine wahrscheinlich immer dasselbe ist. Ja, das brauche ich auch. Oh, da lag noch einer. Ich gucke es mir jetzt mal von außen an. Was guckst du dir an? Das Fenster oder was? Nein. Nein. Den Turm. Ja, irgendwie fehlen mir Steine. Da liegt noch einer. Ich habe gerade einen Stein aufgenommen. Hier unten liegt noch einer. Jetzt komme ich hier nicht raus, oder was? Okay. Da kriege ich da jetzt noch einen hin. Ah, Knolle springt da gerade schon rum. Ah. Gut, haben wir's. Also das war nix da, Fenster reinmachen. Schlechte Idee. Sieht natürlich von innen monströs aus, da hochzugucken. Und die Spitze ist irgendwie auch noch nicht fertig. Und da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Wie wir den Turm machen. Aber ich glaube, so mit den... ...mit den Stufen da oben drauf, das sieht schon besser aus. Ja, ja, genau. Man erkennt zwar nicht, dass es da richtig ist, aber man sieht, dass es... ...an manchen Stellen noch abgeschrägter ist, so ungefähr. Oben wird man's wahrscheinlich erst richtig sehen. 16 habe ich jetzt erst mal gemacht, 16 Stufen. Okay, Steine hole ich jetzt gerade erst mal hier wieder. Ist ein bisschen dunkel, ich sehe gar nicht, was hier für Steine sind. Und ich glaube, Fackeln hab ich nicht mit. Kann aber auch täuschen hier mit dem Licht. Dass die Steine alle gleich aussehen und irgendwie durch die Beleuchtung so komisch ist. Ne, Fackeln hab ich nicht mehr. Wahrscheinlich finden wir jetzt genau zwei Streitungsstufen oder sowas. Okay. Oh, hier oben sitzt ja noch eine. Hm, ich weiß gar nicht, vielleicht sieht das gar nicht so schlecht aus. Ich weite erst mal hier die ganzen Hilfssteine weg. Okay. Würde die nicht so aussehen, wenn das so gewollt wäre. Jetzt ist meine Axt kaputt. Spitzhacke oder Axt? Spitzhacke. Sagen wir, wo ist denn Axt? Wo bin ich jetzt hier hingelaufen? Da geht's raus, oder? Ja. Und... Dann kommt da einsteck rein und dann läuft's auch. Du warst grad schon wieder voll laut. Echt? Ja, das hatten wir grad aber eben schon auch mal. Okay. Jetzt hab ich wieder alles weggeschmissen. Da sind noch Steine. Wo war die Lava? Weiß ich gar nicht mehr. Hinterm Tromm. Doch, komm mal hier hin gerade. Wo bist du? Nach vorne, über die Brücke. Nach vorne oder wein? Über die Brücke. Warte, ich hol grad die Lava, weil ich schon fast hinten bin. Wenn ich's dann mal finde, wo's ist. Wo ist der Eimer da? Jetzt schon wieder. Ja, so bist du so laut. Ich versteh das nicht. Okay. Bestimmt wieder irgendwelche Skype-Einstellungen. Ja. Automatik. Skype-Automatik. Okay. Vor dem Haus soll ich... Äh, vor der Kathedrale soll ich kommen, oder wollen? Ja. Obst du so richtig ein Spinschotten? Egal, kann ich noch mal machen. Okay, wo bist du? Oben, oder wo? Nee, vor der Brücke hier. Ach da. Sonne... Nee, Sonne geht unter. Rot geht auf. Sonne ist schon untergegangen. Hier soll ich herkommen? Genau. Und dann? Ist das der Turm? Da fehlt irgendwie die Spitze noch drauf, ne? Die ist da schon drauf, das ist das Problem. Äh, wie ist die da drauf, was meinst du? Das sind zwei Treppenstufen. Von der Seite. Nee, ich meine so kreuztechnisch oder Wetterhahn oder irgendwie sowas, das meine ich. Sowas fehlt da. Nee, sieht doch cool aus irgendwie schon. Wir müssen nur gucken, dass wir es dann noch ein bisschen... Sieht auf jeden Fall besser als das vorher. Ja, schicker machen noch. Genau. Das ist schon mal viel besser geworden. Stellt sich die Frage, wie wir das noch hinkriegen. Naja, wir werden machen. Ich hole jetzt nochmal gerade eine Fuhre. Glut, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Lava. Lava, genau. Da rechts leuchtet das. Warum leuchtet das da rechts? Hast du da irgendwie was reingestellt? Was heißt da rechts? Ist eine Höhle mit Licht drin. So kann sein, dass ich da Steine hole. Okay. Da, wo es leuchtet, da müsste die Lava sein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, wir sind los rum. Gut. Ich glaube, ich wollte gucken... Ach, nicht hier, ein anderes Raum. Ich wollte gucken, was man auf dem Turm da machen könnte. Ja, da sind noch ein paar Steine mit. Äh, 43. Ja, dann kannst du oben noch was machen. Da muss nämlich auch noch so eine Stufe drumrum. Die haben wir auch schon, glaube ich, an einer Seite angefangen. Ja. Auf der Seite... Vom Schiff weg, ne? Ja. Warte, im Osten geht die Sonne auf. Genau. Das heißt, die Sonne geht... ...da auf. Mhm. Äh. Das bringt mir gerade nicht viel weiter, wenn da Osten ist. Dann muss da noch... Ja, das ist im Süden. Ist gar nicht so schwer, man muss mir überlegen. Ja. Warte, überlegen, ich mach mal schon. Schmeiß den da hin. Ach so, ich muss nur noch ein Ding ins Bauen. Wie heißt das? Eine neue Axt. Aber ich hab keine Stickies dabei. Pick Axt. Geht nicht. Holz. Hab ich nicht. Doch, da. Zwei. Und... ...drei. Fast. So, ich kann wieder wühlen. Wühl mal aus. Wo bist du, aber... Guck mal nach oben. Und wo man siehst du es vielleicht. Vorne oder wo? Von draußen? Ja, jetzt ist es eigentlich relativ viel ganz, wo du guckst. Aber es ist trotzdem bekannt. Ah, du hast den Kranz gemacht. Das sieht jetzt schon besser aus. Ja, das nimmt Form an. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. Das ist auf jeden Fall besser. Aber ich sehe hier noch was. Ja. Die Seite... Süd... Südwestlich? Ja, südwestlich ist es. Da... ...ist noch ein Stein zu viel. Zwei. Südwestlich. Wo ist es südwestlich? Äh... Äh... Da, wo der Stern ganz rechts... Na, Spaß. Vom Turm ist ganz schön dunkel. Links vom Mond. Okay, warte, wenn du nicht rechts ist, ist das dann... Ich weiß nicht, wo der Lenke Mond ist. Du weißt, wo der Mond aufgeht? Ich bin auf dem Gegenschiff jetzt. Guck, wo ich bin. Mittig vorm Turm. Und du bist da oben drüber, okay? Und hier? Wenn du runterguckst, siehst du mich. Ja, das hier ist Südwest. Ja. Und was ist da? Wenn du hier hinten bist, dann fehlen da... Ah ja, da muss man noch anbauen. Da muss man was umbauen da wahrscheinlich, ja? Ja, da ist der Turm noch zu rund. Ja. Die Treppe, das ist das Problem, ne? Die Treppe? Ja, die innere Treppe da hoch, das ist doof. Ne, ne, das war einfach nur von der erste Bau, den ich gemacht hab. Das sah so komisch aus. Na, das gefällt mir jetzt hier nicht weg. Aber, das war's auch schon wieder. Ja. Dann bauen wir den Turm nächstes Mal um. Genau. Ich denk mal, ich werd den Folgen noch Steine holen, da müsst ihr euch das nicht mal angeschauen. Hab ich schon oft genug gemacht. Ja. Weil ich denk mal, dass wir das mit den Steinen auch auf Screen machen können. Jupp. Super geklappt. Allzu spannend ist das ja nicht. Wenn es so spannend ist, muss man sich die anderen Folgen angucken. Genau. Wobei ich das irgendwie immer geschafft hab, zum Ende der Folge jetzt zu machen. Weil zumindest öfters. So, jetzt hat das hier schon mal geklappt. Ich hab hier so einen Kranz fertig, glaube ich, jetzt. Wo? Ah, ich guck mal. Unter den Fenstern. Unter den Fenstern der Kranz ist jetzt auch ganz rund rum. Ist die Frage, ob man den hier so lässt, oder? Es sieht jetzt so aus, wenn der Turm Hut hätte. Wo bist du? Finde ich gut. Ich? Ich bin jetzt so links von der Brücke, wenn du so auf die Kathedrale drauf schaust. Okay. Doch, es sieht schon gut aus. Ist besser, ne? Ja. So, hier kann man, glaube ich, runter, ne? Ja. Aber wenn man das jetzt so sieht, ne? Ja. Mit dem Turm und sowas. Man denkt irgendwie, dass der Turm nur doppelt so hoch ist wie die Kathedrale. Ja. Irgendwie sieht das voll klein aus. Okay. Aber wenn man da ein bisschen weiter weg ist, sieht das besser aus. Mhm. Hat bestimmt was mit der Perspektive zu tun. Ja, das ist definitiv die Perspektive. Aber wir sind ja auch noch lange nicht fertig. Aber wenn man von hier guckt, sieht das so aus, als wenn da so einer, wer den Hut auf hätte. Ja, genau. Aber ich glaube, wenn man hier von, wo bist du? Ja, ja, wenn man von hier so guckt, dann hat man schon eine gute Vorstellung, ne? Ja. Wir müssen nur das Kirchenschiff oben irgendwie noch ein bisschen besser gestalten dann, ne? Kriegen wir aber auch noch hin. Und vielleicht noch eine Spitze braucht der Turm irgendwie noch. Da müssen wir auch noch dran arbeiten. Jo. Okay. Das wird aber etwas schwerer sein. Genau. Weil der Turm oben zweimal eins breit ist. Ja, genau. Aber irgendwas kriegen wir da schon noch hin. Okay, dann denke ich, soll es für die Folge auch wieder reichen, oder? Genau. Beim nächsten Mal wieder mit... Oh, das sieht cool aus, wenn du dich so vorstellst, dass so der Mond ganz knapp hinter dem Turm herguckt. Okay. Ja. Alles klar. Gut. Nächstes Mal wieder mit vollem Stein. Genau. Voll beim Bauen dabei. Okay. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.